Guten Morgen, schön, dass du heute dabei bist. Wir fangen im Liegen am Rücken an. Strecke die Arme über den Kopf, werde ganz lang. Und bringe Arme und Beine rüber nach links für eine Dehnung in der rechten Körperseite. Wenn du möchtest, kannst du den rechten Fuß auf den linken legen und das rechte Handgelenk mit der linken Hand umfassen. Richte dich aus und sinke mit jedem Ausatmen ein bisschen tiefer in die Pose. Komm zur Mitte und andere Seite. Arme und Beine rüber nach rechts, so wie es sich am besten anfühlt. Und da ganz, so wie es sich am besten anfühlt. Zurück zur Mitte und dann Erde einen Fuß zur Zeit. Leg die Arme neben dir ab und für die umgekehrte Taube lege den linken Knöchel auf das rechte Knie. Du kannst den rechten Fuß auf der Matte lassen oder das rechte Bein zum Oberkörper ziehen und den Oberschenkel oder das Schienbein halten. Wir bleiben für ein paar Atemzüge hier, also richte dich aus, probier herum, finde deine Variante der Haltung. Senke den rechten Fuß zur Matte, strecke die Arme aus und hier hast du zwei Optionen. Du kannst die Beine in dieser Taubenhaltung nach rechts absenken, bis der linke Fuß auf der Matte steht oder du wählst den Adler Twist. Schiebe dazu das linke Bein über das rechte und dann lass die Beine nach links auf die Matte senken. Bring im Adler Twist den Blick zur linken Hand und lege die rechte Hand auf das obere Bein. Zurück zur Mitte und umgekehrte Taube auf der anderen Seite. Rechter Knöchel auf dem linken Knie, denk nochmal an die Varianten und dann entspanne dich hier, fühle die Dehnung in der rechten Seite der Hüfte. Erde den linken Fuß und komm in deine Variation vom Twist, diesmal nach links. Die Beine entweder in der Taubenhaltung oder im Adler. Beides schöne Positionen, um den Bereich im unteren Rücken und der Hüfte zu lösen. Komm wieder zur Mitte und setz dich auf, die Beine vor dir gekreuzt oder eine andere, für dich bequeme Sitzposition. Leg die rechte Hand auf die Matte und dehne den linken Arm rüber nach rechts, die Sitzbeine auf der Matte. Einatmen für länger und aus, geh vielleicht noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Atme ein, richte dich auf, linke Arm hoch und aus, twist nach rechts. Ein zur Mitte, Handflächen zusammen und aus, Hände zum Herzen. Tausche die Beine, tausche die Beine, sodass das andere Bein vorne liegt, lege die linke Hand ab und dehne den rechten Arm hoch und rüber nach links. Atme ein, richte dich auf und aus, twist nach links. Atme ein, beide Arme hoch und aus, leg die Hände auf den Beinen ab. Handflächen hoch für Energie oder nach unten zum Erden. Schließe die Augen, wenn du magst und dann nehmen wir uns hier noch einen Moment, um an den Tag zu denken, der vor uns liegt. Gehe ihn in Gedanken mal durch. Stell dir vor, wie alles gut läuft, wie du dich fühlst, was du machst. Wenn du so weit bist, lenke den Fokus wieder in deine Umgebung und bring die Handflächen zusammen, voller Dankbarkeit für den neuen Tag, der vor dir liegt. Vielen Dank fürs Mitmachen, für dein Vertrauen. Ich hoffe, es hat dir gut getan und du kannst diese ruhige, entspannte Stimmung mit in deinen Tag nehmen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.